Ja, herr ich einmal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders, wie immer auch fränkisch. Wir sind auf der Suche nach diesen Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Und müssen die ganze Zeit durch diese doofen Wege gehen. Gott, reicht das? Granzo! Aber das scheint ja nicht sonderlich schwer zu sein. Da wird es doch auch schon wieder angezeigt. Wo wird es angezeigt? Was ist denn das? Gesamtspielzeit 14 Stunden. Zeit im Kampf 2, 3 Stunden habe ich gekämpft. Kids, Anzahl der Tode, 22. Oh Gott. Vergossenes Dämonenblut, 3677. 387, was? Längste Kombination 40. Naja. Okay. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. So. Hallo, was ist mit meinem Pferdletzter? Huh! Oh! What's now? Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Next Sacramentum. Nerren. Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden. Bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Du unterschätzt mich. Huh! Was ist mit sechs? Was ist mit elf? Und das ist mit sechs? was ist mit acht? B Macht's netz. Okay, netz. Macht's denn wieder. Was ist das? Netz! Okay. Au! Kennst du auch schon wie ein Blöder? Jetzt, was willst du nicht tun von mir? Du unterschätzt mich. Ich befürchte auch. Ich tue mir jetzt da... Jetzt kommen wir mal her. Ich habe hier wieder einen denkbar schlechten Zeitpunkt, glaube ich, ausgesucht. Au! 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 Du musst doch mal irgendwann draußen gehen. Jetzt aber, es ist netz. Richtig. Ja, ja, worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt! Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen! Das Nex Sacramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du! Du hast einen Eid geschworen! Aber Don ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Aber Don... Wie jetzt? Er wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Ich dachte, jetzt die steckt hinter allen. Jetzt ist es doch er. Ich verstehe das nicht. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Jetzt habe ich dir wieder einen kommen lassen. Ja, nicht, dass du das jetzt jedes Mal machst. Dann wäre es übrigens saublöd. Also... Dann haben wir durch das Tunnel-System. Wo gehen wir nicht hin? Ach, da drüben haben wir nichts. Den haben wir nicht. Dann fangen wir mal da gleich an. Würde ich mal sagen. Und gucken, ob man da irgendwie rüberkommt. Das rächt sich's, dass ich manchmal nicht aufgepasst so. Da rächt sich's gewaltig. Aber nun, nun ja. Da muss man dann eben durch. So, würd' gehen, Acker. Na, wird doch... Halt, stopp. Das ist da. Da sind ja noch lauter Drohnen. Da sind ja noch lauter Drohnen. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Hey! Von dir. Hilfe des alten Wulgern. Immer noch zu mir. Ja! 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 Da! Jetzt auch! Mal dran ruhen lassen bitte. Musst gucken, wo hier jetzt eine Ruhe sein könnte. Über mich nicht. Also unter mir. Aber wo? Da? Ja! Ja! Huch! Nein! We don't understand where could it be? Ich verstehe nicht. Schauen wir mal zur nächsten Kiste. Die soll sein da oben. Da gehts irgendwo rein? Habt ihr das gesehen? Wo gehts denn da rein? Was ist denn hier? Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn hier? okay da ist was oh there's a ow Okay, come. Was interessiert mich das eigentlich? Komm, weiter. Was interessiert mich das? Da will ich hin. Was ist das? Da? Da oben? Ja, dann interessiert es mich ja vielleicht doch. Da muss ich irgendwie hochkommen hin. Kommen wir da hoch. Da drüben vielleicht, ne? Ah, jetzt bin ich... Was mach ich denn da? Jetzt geht mir mal net auf den Senkel da. Nett da, irgendwie. Ne. Anscheinend nicht. Das muss da aber irgendwo hochgehen. Ach, da schon mal her. Ne. Da vielleicht? Auch net. Auch net. Ha. Auch net. Jetzt bin ich aber langsam doch sehr interessiert. Das wird ein Vergnügen. Jetzt reicht's. Was? So. Unglaublich. Wie könnte es da hingehen? Ähm. Ne. Von da mit Sicherheit nicht. Da komm ich ja nirgends hoch. Nö, nö. Auch net. Hier muss ich irgendwo hoch. Das ist aber nirgends zum... Festhalten, hochziehen. Nö. Portal vielleicht. Oder immer. Seh nix. Halt. Was war da? Oder nicht gerade irgendwas? Ich dachte, da wäre gerade irgendwas gewesen. Das ist mal irgendwie von da drüben oder so. Jetzt bin ich aber schon ein wenig überfracht. Gell? Was soll ich denn da jetzt tun? Was soll da irgendwie hochkommen? Was soll ich denn da jetzt tun? Da muss ich von da drüben urchen wie da nübe oder so. Das kann ich mir aber auch net vorstellen. Ich schau mal auf die andere Seite. Da kann man ja... Ah doch, da kann man... Bisschen entlang. Aber oben auf die Brücke komme ich ja deswegen auch net. Wo ist denn hier eigentlich jetzt bitte äh 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 Kiste? Wo ist bitte die Kiste? Muss ich da nach unten? Okay. Jetzt bin ich da Achso, da guck mal Vielleicht, dass ich das da machen muss Von hier, dann komm ich da raus Hä, der schaut doch gut aus Sieht das so aus, als könnte es gewollt sein Vielleicht noch einmal so ein Eisding Ah, Herzstückler Yay, da hab ich gleich noch eins Das ist ja klasse Ey Gut Gut Und jetzt komm ich wie nach oben? Das da sind doch keine Schminkdinge oder sowas. Nö. Ah! Okay. Das hätte ich nicht erkannt. Hallo? Lass ihn mal los da jetzt. Hm. Jetzt war klar, dass da jetzt wieder unser Simbel da rumholen muss. Ja, du mit dein ganzem Himmel, das Himmel ich, du. Äh. Ich werde dir das Fleisch von den Knochen reißen. Äh. Äh, was machen wir denn da? Eine Seele gehört mir. So. Meine Seele gehört, wenn dann, mir allein. Gut. Aha. Nee, nee. Das ist jetzt einmal mein Zeug. Du willst keinen Schritt weiter gehen. Ja. Ey. 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 Jetzt reicht's aber hier. Immer der gleiche Mist mit den Pichern. So. Sind's jetzt alle wieder ruhig, ja? Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir nach der rechts kommen, wahrscheinlich einfach rechts weiterlaufen, oder? Ja. Jetzt muss ich mal unterbrechen und sag bis gleich. Bis. – Dida richtig?